Sieg ich! Sieg ich! So, wieder halten Sie die Spielfläche frei, junge Dame. Ready? Goal! Wie gesagt, 15 Minuten, aber weiß nicht, dass wir hier muss das Segment betreffen. Ewig! Haben wir schon gewonnen. Sieben! Ja, wir haben eigentlich schon gewonnen. Attacke! Vorsicht! Gehen wir kurz los? Ja, ja, komm mal weg! Oh weh, wenn die Kinder doch auch nicht schon mal angehen. Oh, Vorsicht geht! Scheiße! Das ist nicht etwa, das Ding hochzukriegen. Wir haben noch kurz vor, was wir schon sehen. Aber wir sind nicht so gut, aber wir sind jetzt gut. Aber wir sind nicht so gut. Wir sind jetzt gut. Aber wir sind ja gut. Ja, Leute! Ja, Leute! Das war's. Aus dem Schrank wenig Anlauf. So wie man sie kenne. Hab gelost. Oh. Ah, die 17 anvisiert. Ich hab's genau gesehen. So, nun heißt der dritter Schuss über Städtchen. Auch ein Spitzkick an Zielpunkt. Auch hier, meine Damen und Herren, Gäste aus Saarbrücke. Extra für euch, Saarbrücke沒有 Wetter. Ihr kennt mir Platz. Auf geht's! Null! Wir gucken noch mal in zwei, drei, zehn. 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 Wir gucken noch mal in zwei, drei, zehn.